Wir können ja den Generator benutzen. Lensen, komm mal in meine Richtung. Und dann geh ich mit Lukas mit. So, Generator los. Und einer verteidigen, Lensen. Ah, die Kieler sind. Nee, wir müssen zurück. Wir müssen zurück, Lensen. Zurück. Boah. Alter, Falz. Ich komm mal nicht mal zum Bier aufmachen, Alter. Ach scheiße, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Yo. Sardinpixer. Sardinpixer. Sardinier, Sardinier. Ich muss wieder Lichtsignale geben, ist ja klar. Nee, ich. Ach, das stimmt. Guck doch mal richtig. Mach ich doch. Guck mal ins Film, siehst du was echtes. Was unrechtes. In deinem Film sehe ich auch mich. Sag gar nicht wahr, lüge doch nicht. Lüge, ja, lüge. Schieß ihn ab. Du, sorry. Oh, ich hab ja nichts. Oh, hier gibt's Sanikastens. Näm ich mich. Goll. Oh, dann? Ach da. Muddypix, Muddypix. Das geht los wie verrückt. Komm doch hier los. Das geht's der Lasse was? Ja, ne? Genau. Mhm. Hm. Gibt's kein Upgrade? Nee. Ich weiß nicht. Am Anfang schon, ne? Ich gucke wahrscheinlich nicht. Ha! Brenne! Was? Achso. Mich hat sich angezündet. War das hier im Bunker noch was? Nee, ne? Bestimmt. Mann, ich laufe gegen die Tür. Ich komme nicht weiter. Nee, da war nix. Da war nur Muniz. Na ja, immerhin. Munition ist Munition. Und im Häusle ist auch nix, ne? Nee, da werden wir nur begrüßt mit Blut. Welcome. Welcome to the Junkers. Ja, den Krieg. Ich komme nicht zu mir. Ich komme nicht zu mir. Ha! Brenne! Du, 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 du. Fuck. Ich bin neben dir. Nehm dir. Lugas. Das war knapp. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Das war ganz hoch, ne, Markus? Bisschen geschockert wurde ich auch. Gibt's da was? Tut mir leid, aber was soll ich machen? Wir brauchen weitergehen, warte mal. Markus, gibt's da auch was? Ey, ich guck grad. Ich sag Bescheid, wenn man das ist. Ja, nicht, dass wir weitergehen und dann irgendwie ein... Äh, ne Cutscene oder so kommt. Was? Ich komm ja auch nicht rein, jetzt bin ich schon wie Markus, ne? Tell I mean? Nee, ein Comic. Geil. Yeah. Sehr gut. Zum inspizieren, erstmal hinstellen, Comic lesen. Ja. Du kommst von hier oben? Oder was? Ja. Ach so. Ja. Oh, Suicide. Und wo? Und wo? Wo? Ja, ähm, Lukas. Sehr schön. Hi, ich bin ja überall hier. Hey, was soll ich sagen? Hey, was soll ich sagen? Wenn du hast keine Lust mehr oder so? Ja, wenn hier 30 Suicide auf mich zulaufen, was soll ich ein bisschen da machen? Weglaufen? Nice. Ja, ja. Oh, Pascho. Brenne. Ach Gott. Auf geht's. Blinder. Blinder. Was? Blinder. 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 Was? Blinder. Nein. Na, voll gerne. Oh, geil. Oh, geil. Hier bin mir voll wenig Punkte, weil hier immer alle schon abschließt und ich suche alles ab erstmal. Oh, das klingt selber. Träfft euch hinter dem... tausenden... was? Gamma. Palisaden im Wald. Wer benutzt den Palisaden? Volk schweige Spur. ich habe ich nichts mehr wo es geht schon bei mir kann man munition auffüllen gleich rechts ja ja gut welche denn hier oben lang ist mal das klären also viel zu klären gibt es hier ja eben dann mach mal weg wie gesagt gibt noch einmal alles an munition also ich weiß nicht was das ist gewesen weiter schon im haus und dieses dokument nicht mit ich war in keinem haus dokumenter dokumenter ok gehts weiter sind wir alle zusammen ja gut wo war das haben wir was Ha ha ha, Frank Dancer. Woah, what the hell? Ah, so, kriegen wir das... Oh, alles klar. Herzlich willkommen zu unseren neuen Zuschauern. Wer sind denn die neuen Zuschauern? 9? 9? 10-1. 10-1-Zuschauer. Was ist los? Die können MGs bedient? Eine Flak, ey. Okay. Oh, Alter. Ich hab geschossen. Das ganze Zeit sparen. Bleiben hier, ne? Muss er denn? Da sagt er... Oh, der hab ich getroffen, der brennt. Schön. Der ist gar nicht mehr dran, ne? Ich schieße gerade auf das Geschütz, ey. Ach so, ja. Den Geschütz hat er auch ergeben. Das wird ihm einfallen, sich von Zombies bedienen zu lassen. Wie soll ich hier was wegschießen, wenn der alle vor mir stellt? Oh, wo geht's? Oh, hier sind... 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 Ja, was ist gefunden? Granatos... Und so... Elektrik... Nehmt... Es ist leer... Lenden... Was so ein... Helipad... Nehm... 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 Medikit... Ja... Ja... Hast du keins? Nein, bleibt stehen! Nehm... Ja... So... Dann will... Genau... Oh... Was gibt's hier? Nichts! Einer an ihr ans Geschäft, bitte! Schön, dass ihr hochgeht, Alter! Lass mich doch mal mitkommen! Ha! Brenne! Warte, 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 Löhungs! Ich hab ne Ding, ich hab ne dicke, ne geile Granate hier! Einer ans Geschäft, bitte! Ja! Köder Granate! Guck mal, das Geschirr ist zu Ende schießen! Bevor wir irgendwie Munition verballen! Jetzt schieß auf den Scheiß... auf den Scheiß Fassmann! Genau! Was ist das? Nein! 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 Das war geil! Vor allem ist geil mit der Köder Granate, alle laufen da hin! Sehr gut! Oh, uh, schön wieder falsche Zeichen hier! Also... Ähm... Der sieht richtig gut aus! Der sieht richtig gut aus! Seht so aus, wenn sonst passt, hätte ich auch gern! He! Ja! Wir müssen das Ding also wegrautzen, ja? Brenne! Ja, tot! Geil! Aua! Von mir wäre ich dann eingedriffen! Achso, das Ding schon... Die schießt auch nicht, glaub ich! So, was machen wir? Was ist da ja der Plan? Gucken! Meme brauchen wir wahrscheinlich dafür! Schön! Da steht noch einer hinter dem Baum, glaub ich! Also, wie der Markus und ich sind jetzt hier links... Ich guck mal, was hier so abgeht! So, dass man in die Gegend darf! Vielleicht hört man hier was! Ach, nun komm! Hör auf! So, da kommt das Ding schon an uns zu! Also, haben wir irgendwie Minen oder so? Nee, ne? Na, guck mal, da wo's... Wo's rot blinkt, da muss wahrscheinlich raufziehen! Da wo's rot blinkt! Na, die Seitenspanzerung! Das ist, wenn das Ding schießt! Oder? Geht's in der Ake? Nee, da... Da sind doch zwei Felder so rot markiert! Ja, ja, ich seh ich nicht! Rot, der vorgehoben! Ich glaub, da muss man ein bisschen rauf schießen! Ach so, ne, warte mal, ich wächst mal Waffe! Gibt's noch mehr Felder-Granaten, falls du brauchst! Ja, in meine Richtung, falls er möchte, kann er einen schmeißen! Oh, das Ding schießt auf mich! Egal, das schießt auf mich! Egal, das schießt auf mich! Ach, da steht einer in der MG, Alter! Ich hab den ganzen verteilt gerade, das ist nicht gut! Ja, ich merk das grad! Ich bin da noch'n Weg zu euch! Oh! Alter! Da schießt einer, ne? Nee, vor mir ist gerade einer aufgetaucht! Ach so! Am MG, der Schütze ist weg! Sehr gut! Mann, was ist denn hier? Versuch mal zum MG zu kommen! Fährt das Ding vielleicht irgendwo vorbei, wo man das mit Fässern oder so? Hm... da... wst... Jahrgאל Googler